Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zur nächsten Aufnahmerunde von Sleeping Dogs. Als allererstes muss ich leider, ganz, ganz, ganz leider, das Radio muss aus und die normale Musik muss aus. Es tut mir fürchterlich leid, aber von den ersten sechs Folgen, die ich aufgenommen habe, wurden mir direkt drei Stück getaggt. Wegen Urheberrechts. Scheiße. Für Sequenzen in den Videos, die das längste waren, 44 Sekunden. Und dafür werden mir direkt die Videos getaggt. Was ich dann wohl leider halt ausmache. Tut mir fürchterlich leid. So. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Oh, nein. Wir könnten vom Prinzip her, was haben wir denn letztes Mal gemacht? Wir könnten hier die ganzen Kameras fertig machen. Theoretisch. Oder wir kümmern uns halt hier erstmal um die Quests. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt erstmal lieber die Polizei-Verhördinger machen. Wobei, da bin ich eigentlich schon für, dass wir die zuerst machen. Wenn ich ehrlich sein soll. Hauptsache ist, wir haben hier unsere Triaden. Mit dem jetzt gehe ich mit Z-Gedönse an. Oh, der steht jetzt einmal hier. Mach mal einfach den hier. Oh, gut. Oh. Oh. Uh, excuse me. Do you speak English? I like to think so. Not enough to get by anyways. You? Yeah, I... Wait, what do you mean? Oh. Yeah. Yeah, I speak English. I kind of guessed. What can I do for you? I'm looking for this place. Old Temple Academy. I thought it was around here. It's supposed to be a Kung Fu school. But I'm totally lost. I have no sense of direction. Yeah, I think I know where it is. I mean, it's not too far. I can give you a ride. I mean, it'll be easier than explaining where it is. Uh, okay. Yeah, that'd be really great. My name's Amanda, by the way. Or Amy. Either one is fine. Oh, nice to meet you, Amy. I'm way. Can I help you? No, I don't want to ride a bike. He's going to be totally in his pants. Okay. Don't go crazy on this one way. So what brings you to Hong Kong? You think it'll be coming Chinese? No, no. I just finished college. And I'm doing a bit of traveling. You know, figuring out what to do with my life. And that sort of thing. How's that going? Well, I've only been traveling for a few weeks, so no real progress on the life front. But I'm checking out Hong Kong home. What about you? You got it all figured out? So this is the Bam Bam Club. Back home I saw a restaurant that looked a little bit like this. Don't let the locals hear you say that. I wouldn't say that. You know, I got a few family issues I'm working on clearing up. Maybe once that's done with, I'll get on to figuring out life. Oh, yeah? You got any planners? Well, the trick to Hong Kong is learning to live by ancient Chinese wisdom. Look both ways before crossing the street. Always buckle your seatbelt. And only apply makeup at red lights. Don't text and drive. You know, that kind of thing. Words to live by. Why did you tell you? Wow, this is a pretty cool place for a Kung Fu school. Unfortunately, the school isn't in the temple. Not that temple anyway. Didn't they use this temple as a backdrop for, what was it? Fists of Carnage? No, it was used in the Grandfathers of the Shaolin Fists. Okay. Grandfathers of the Shaolin Fists. Okay. Oh, yeah. Wow. The way. Just a little bit more. If you're at the top of the head. If you're at the top of the head. No, I can't stop. It's a big deal. But no. I can't do that either. But no. We'll see you later. Aber man sollte es jetzt glaube ich noch nicht scheißen. Die Mopeds fahren sich ernsthaft ein bisschen schwierig. Ich weiß mehr Auto oder Rollerbiefen. Ist das nicht die Schule? Kann ich dir helfen? Ja, ich möchte für ein paar Kung-Fu klasse. Ich lerne über die Schule und meine Guidebook. Ja. 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 Sie sagen, du kennst eine Stile mit einer Linneage lang. Aber in spite of all that, es ist immer sehr effektiv. Du willst du klasse? Okay. Und du? 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 Achso, ich musste alle einmal angreifen, ok. Okay, war ja easy. Warte jetzt. Ach, jetzt wollen sie mich wieder alle. Okay, das ist klar, dass der Haus daheim hat, dass der nicht genannt kommt, oder alle. Achso. 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 Ich versuche sie in die richtige Richtung, besonders die jünger. Aber sie alle will sein Song'ong-Yi sein. Jetzt... Ich versuche sie in die Art und Weise. Ich versuche sie mit dem Wettbewerb, und für die besten. Zifu, ich glaube nicht mehr gibt. Oh, Jade Rat. Song Dynasty, richtig? Sehr gut. Song Dynasty? Das ist wie ein Tausend Jahre alt oder so. Das ist wahr? Ein Teil von 12. Ein für alle Tiere aus dem Kalender Chines. Zifu... Sie haben die ganze Zeit. Was passiert mit den anderen? Stolen. Von ein früherer Student. Korrupte durch die Triad. Ich bin so sorry zu hören, Zifu. So war ich. Hmm. Das ist eine sehr, sehr zu mir. Aber manchmal musst du einfach nur die Dinge gehen lassen. Hm. Ich schließe. Es war gut, dich wieder zu sehen, Wei. Und deine liebe Frau. Was? Okay, ja. So schnell geht das also mit Verloben? Was willst du jetzt machen? Oh, du musst nach Hause gehen. Aber ich werde definitiv dich später nennen. Okay. Was macht das? Aber... So schnell ist man dann verlobt. In Hongkong. Okay. Okay. So, wir gehen laufen erstmal ein bisschen hier rum. So, kann man ja mal machen. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas interessantes. Mal sehen wir hier noch mal, was ist das alles. Was ist das? Ich bin jetzt immer noch. Ich hab das immer noch nicht so lange nach zwei Metern. Da muss ich noch mal nicht mehr tanzen. Ist das nicht so gut so? Ich bin auch nicht mehr, sondern dass er dir so an London macht. Ja. Ich habe das wiederum. Ist das einfach so gut, was du glaubst. was haben wir denn hier in der Nähe gar nix so ist natürlich gut ach komm, machen wir uns da noch auf den Weg kann man hier aber hinlaufen ich würde halt gerne noch ein paar ähm nicht so dumm ich weiß nicht jetzt sieht aber auch nicht gesund aus wie er liegt aber egal der hat uns doof angeguckt definitiv also ganz ohne Frage ja guck doch mal ne Fein schön Fein macht hier noch rege weg Puppe weißt du bescheid er hat uns bestimmt gar nicht richtig fett beleidigt da hinten leuchtet noch was erstmal gucken ob er jetzt noch dran kommen oder ob er direkt das Quest startet ich wollte wieder in die Nähe kommen ja hier warten ja hier warten ja hier warten ja hier ja hier warten ja hier ja hier Er ist ja so ein ganz korrekter Junge, ne? Aber ich glaube, er ist nicht unbedingt die hellste Kerze am Kuchen. Oh, ja? Was denkst du von Jumei? Du wirst nicht Angst, dass sie dich nicht zu sprechen will? Oh, nein. Wenn ich mich überraschst, würde ich niemanden fragen. Was für dich? Denkst du, dass du jemanden findest? Ein Beziehung? Ja, das würde ich nicht mit meinem Leben funktionieren. Natürlich könnte ich. Schau an mich. Haha, du bist ein Mann, Jacky. Was ist all das Krapfen des Kurses? Ich hab von meiner letzten Kurs, Baby. Da irgendwo reinfahren, da gibt er dann wieder Abzüge bei Cockpunkten. Da muss man dann definitiv ein bisschen vernünftiger fahren. Wow, jetzt sagt man muss ein bisschen vernünftiger fahren und wir haben mit voll in die Kappe. Ja, nice. Damit kriegen wir halt wieder nur zwei von den drei Dingern, weil es halt mit Schaden und so, ne? Scheiße. Egal. Geht Wichtigeres. Ich glaube, wir können die aber wieder rausholen, wenn wir hingehen. Und die... Ja, genau. Kamer gett mich. Ähm. Und die ganzen Dinger, wo wir die Kameras machen müssen. Dafür holen wir uns dann ne Verkleidung, die mir Polizei XP gibt. Dann müsste das funktionieren. Ja. 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 das jetzt? Oh, es war so klar. Es war ja so klar, da da die alle sind. Ach echt? Hab ich jetzt von alleine gar nicht drauf gekommen, dass die immer mehr sind. Oh, wie unfair ist das denn? Zu zweit. Oh, kacke. Ich bin so drückt. Oh Mann ey, ich hab falsch gedrückt. Scheiße. Ich hab zu früh gedrückt und dann ging das nicht mehr als er ausgeholt hat. Machen wir das halt nochmal, ist ja nicht so wild. Machen wir das halt.